So, willkommen jetzt zu meinem Lieblingstrick. Diesen habe ich damals als allererstes gelernt und der ist der effektivste und schnellste Trick den ich drauf habe. Dass ich euch den vorher noch nicht gezeigt habe, lag daran, dass ich wollte, dass ihr erstmal die langsamen Techniken könnt und so ein bisschen mit der Handbewegung auch umgehen könnt. Weil wenn ihr hier mit Geschwindigkeit arbeitet, kann das ganz schön wehtun. Also, wir haben den Stock in der Mitte, in der rechten Hand und strecken den Arm. Dann gehen wir mit dem Stock nach vorne und ab hier geht er dann schon auf die andere Seite vom Körper und dreht den Arm einmal ein. Hier kommt die andere Hand, einmal im Tauschen, in dem Übergeben und auch hier geht die linke Hand jetzt nach vorne. Und dann gehen wir mit der anderen Seite vom Körper und dreht den Arm. Ganz wichtig bei diesem Trick ist natürlich der Stand und die Hüftbewegung. Ihr solltet nicht zu breit stehen, so schleudert ihr euch den Stock gegen das Schienbein und das kann doch ganz schön wehtun. Steht nicht zu eng, das ist dann nicht so schön, sondern schulterbreit und dann könnt ihr schön mit der Hüfte arbeiten. Die Armtechnik ist ja ganz einfach und am gestreckten Arm könnt ihr niemals Geschwindigkeit aufbauen. Das habe ich nur gezeigt, damit ihr den Trick besser versteht. Jetzt müsst ihr die Arme näher am Körper nehmen und hier könnt ihr jetzt schneller die Geschwindigkeit aufbauen. Wir fassen nochmal zusammen. Also schulterbreit stehen, die Hüfte immer mitbewegen und wenn ihr trainiert, erst am langen Arm und wenn ihr euch sicher seid, dann den Arm immer näher am Körper und Geschwindigkeit aufbauen. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Trainieren und passt auf jeden Fall auf, dass ihr euch nicht verlebt. Immer langsam anfangen und irgendwann dann kommt die Geschwindigkeit von allein. Viel Spaß beim Trainieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.